Hallo ihr Lieben, wir freuen uns, dass so viele Leute am Ribbon Pulley Pro Hub Gewinnspiel bei Facebook mitgemacht haben. Insgesamt haben wir jetzt 134 Namen in unserem Hut, wovon wir drei gleichziehen werden und die Bekannten Gewinner bekannt geben werden. Vorher möchten wir euch einmal den Hut zeigen, den es zu gewinnen gibt. Das ist unser neuer Ribbon Pulley Pro Hub, der im UV-Licht leuchtet, weil im Inneren ein super leichter Schlauch verarbeitet ist. So sieht er aus, im Video sicherlich nicht ganz so gut zu sehen, aber hier im Original ein wunderschöner Reifen. Und nun, da ziehen wir die Gewinner. Du machst meine Lussi? Du ziehst, ich lese vor. Okay, dann musst du den Hut halten. So, ich krame und krame. Trommelwerde. Trommelwerde. Und der nervt. Oh, okay, schummelt. Sarah Stücker. Viel Spaß mit deinem Hut, Sarah Stücker. Der zweite Ribbon Pulley Pro Hub geht an. Lili Schmidt. Viel Spaß, Lili mit deinem neuen Hut. Und der letzte und dritte glückliche Gewinner oder Gewinnerin ist. Bettina Prettenthaler. Viel Spaß, Bettina, auch dir mit deinem Hut. Da wir euch nicht alle in Facebook raussuchen können, möchten wir euch bitten, uns eine E-Mail zu schicken mit eurer Adresse. Der Wunsch Ribbon Farbe, sowie dem in Griptail an tascha.at happyhubwailing.de Tascha T-A-S-H-A Und dann kriegt ihr im Laufe der nächsten Woche eure neuen Hut. Doch verabschieden uns und bis bald. Bis bald. Vers finns im Laufe deratu늘en. Bis bald.